hallo und herzlich willkommen bei red.com gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel left to thrivers ich glaube das habe ich schon mal gespielt und dann bis gleich da werden wir wieder ich habe es mal schnell downloadet und mein spiel noch und das weg das weg also ein shooter spiel ist das ich glaube ich habe das doch noch nicht gespielt ja ich mache ein bisschen musik an ich glaube das habe ich bei den letzten zwei videos vergessen obwohl das vorletzte video habe ich gesehen das wurde irgendwie abgebrochen und naja deswegen war es nicht hochgeladen vorgestern gestern das video habe ich noch fertig gemacht gestern abend jetzt kommt das ich glaube das spiel habe ich doch schon mal gespielt das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor da bin ich doch mit dem helikopter hier einmal rum geflogen und ja nein kein video ansehen quest belohner hat mir sicher habe ich das schon gespielt sonst wäre die quest noch nicht fertig gewesen start 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 go 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 aber ich werde es wirklich nicht mehr wieder spiegeln ja genau das war das was so richtig scheiße war ja eh so Was richtig scheiße war mit mit äh Tastatur Weil mit Zieren und Maus drücken klappt das nicht Was ist das? Das war's. Wie ich schon sagte, das Spiel fand ich richtig gut, aber über Tastatur und Maus ist das Spiel kacke. Wenn es anders gemacht worden wäre, weil hier ist ja mit dem Symbol, sieht man ja, linke Maustaste drücken, kannst du schießen. Aber mit der linken Maustaste bewege ich den Bildschirm, deswegen aufwerten, aufwerten. Okay. 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 weiß ich nicht mehr ich kann mich daran erinnern aber das war es dann auch schon also wie es aussah sind hier die quest holz so wie angucken brauchen wir auch nicht angebote brauchen wir auch nicht meistens ist ja auf quest gehen aussuchen und starten so 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 jetzt haben wir die Quest auch noch schnell fertig gemacht ich denke mal jetzt müssen auch gleich die 10 Minuten vorbei sein um mein Ticket abzuholen und dann haben wir es geschafft Quest 2 Stück abgeschlossen da war die Quest so jetzt haben wir das Ticket noch schnell ab weil wie gesagt das Spiel macht Spaß aber mit Maus zu lenken ist auch leicht aber dann immer noch nach unten rechts gehen um zu schießen das ist ein bisschen doof egal danke fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr bei euch so wieder dabei seid bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao